hallo meine lieben youtuber hier ist wieder euer peter rockabilly nochmal ein kurzes und letztes update ja wie sie sehen ich habe mit der decke angefangen ja kann man gut erkennen ja ich gehe jetzt einfach mal hin hier so noch was anderes noch zu tun ja bis dahin ist die decke schon safe trocknet das jetzt lasse ich das hier trocknen damit ich die möbel hier wieder rüber stellen kann die hier auch standen alle kleinen farbkleckse die so auf den boden kamen habe ich gleich immer sofort weg gemacht ja man kann auch hier sehen meine schöne das ist ein bisschen blöd zu filmen decke das ist so eine renoviermaler decke die ist extra dafür gedacht und ja bei dem bett ist es ja so das bett da steht ja momentan so da werde ich dann was auf dem boden packen dann kann ich es nämlich so hinstellen und dann erst mal an die seite schieben oder rücken oder wie man das auch nennt und dann den mittleren teil der decke streichen also den hier über mir und dann später wird der schrank da lege ich auch was drunter und dann wenn das trocken ist wird der vorgerückt und dann ja mit dahinter auch noch gestrichen und alles was man da abkleben muss abdecken muss heizkörper und sowas klar normal ja wenn ihr wissen wolltet wie ich meine decke gestrichen habe oder das ganze zimmer ich streiche gerne mit einer kleinen rolle weil dann kann ich komme ich besser klar mit der farbe wenn ich mit einer großen rolle streichen würde dann würde es hier aussehen wie als wenn ein kleines kind hier gegessen hätte und hätte einfach mit seinem babybrei umher gespritzt ja des weiteren eignet sich das auch gut für die für die decke das spritzt so gut wie gar nicht und dann kriegt man das ja noch rechtzeitig mit wasser sauber und dann jeder mensch hat ja von euch zu hause ein wischmopp einfach den stiel vom wischmopp abschrauben und auch wenn es hier kein gewinde gibt ein bisschen rein drehen ihr merkt das ja wenn es fest ist und dann mit leichten druck nicht zu viel druck schön die decke damit rollen das geht super da könnt ihr euch verwalten so hinstellen und dann mal gucken der stil der ist ja ausziehbar und ihr müsst euch das dann so vorstellen ihr habt ja jede menge platz und könnt dann quasi so könnt dann quasi so eure bahn rollen ja das war's für heute liken abonnieren nicht vergessen ich werde jetzt hier noch ein bisschen die kleinen farbspritzer weg machen und lasse das erstmal trocknen dass ich die möbel rücken kann und dann geht es morgen weiter farbe deckt gut so viel kann ich auf jeden fall sagen und ich brauche gott sei dank nicht zweimal drüber zu gehen weil wie gesagt je nach lichteinfluss kann die farbe mal hell und mal wieder ein bisschen dunkler wirken jetzt sehen jetzt sehen wir ja gerade jetzt haben wir draußen nicht mehr so viel licht im schlafzimmer und deswegen ist ein anstrich vollkommen ausreichend gut ich hoffe das video hat euch gefallen liken abonnieren nicht vergessen dranbleiben und die woche kommen jetzt auch noch meine vorhänge aus den 50er 60er jahren da wird es auch noch ein kurzes video von geben ja dann werde ich euch das zeigen wie das dann aussieht und ja bleibt mir gewogen treu dranbleiben es geht spannend weiter ja was kann ich noch sagen ich bin auch noch die woche unterwegs also kurz vor ende der woche bin ich noch mal in hessen unten ich habe dann weihnachtsgeschenk bekommen dieses video lade ich aber erst hoch denn ist natürlich was aus den 50er 60er jahren das video wird erst wahrscheinlich zu weihnachten hochgeladen solange bleibt es spannend ja ich hoffe alle meine videos haben euch gefallen ich arbeite hier mit ganz einfachen mitteln aber wie man sieht man kann aus schönen alten second hand und haushaltsauflösungen gegenständen wenn man so schön wieder zum leben erweckt aufarbeitet repariert und neues leben einschenkt und dann vielleicht noch mal ein bisschen die räume sich schön macht mit farbe mit tapete jeder nach seiner wie er es gerne hat dann seht ihr ja kann kann auch was altes wieder gut im neuen glanz zum vorschein kommen ja das war's für heute tschüss wir sehen uns beim nächsten mal in mein 50er 60er jahre hobby heimmuseum lebhaft warum lebhaft weil ich leben mit den dingern tschüss mhm 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 mhm